Cosi Relax von Hukla CR06. Willkommen! Ein wunderschöner Sessel zeige ich Ihnen heute. Und ich lege mich erstmal hin. Ich sage immer zu meinen Jungs, das Sessel testen ist meine Lieblingsarbeit. Mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnab.de, Ihrem Online-Outlet für Markenrelax-Sessel. Ich teste heute für Sie den Hukla CR06, Hukla, Marke aus Deutschland, CR06, mit großer Ausstattung, ohne Aufstehhilfe, aber sonst fast alles. Was ich gut finde, der hat Schnelltasten. Also Schnelltaste heißt Rücken und Fußtag gehen gleichzeitig. Gerade wenn man aufstehen will, ideal. Und auch wenn man sich hinlegen will, ich drücke nur eine Taste hier unten und zack geht beides. Und die zweite Besonderheit merken Sie jetzt am Schluss. Herzwaage. Beine gehen hoch, weil der Sessel nochmals kippt am Schluss. Und damit, Sie brauchen das nicht aktivieren, Sie können jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Beine oder den Rücken, nein, das hängt am Rücken. Wenn ich den Rücken aufstelle, geht die Herzwaage weg und ich habe zum Beispiel einen besseren Blick zum Fernsehgerät. Aber es ist einfach klasse, wenn die Beine hochgehen und ich habe dann hier einen optimierten Blutrückfluss. Auch das Kopfteil ist elektrisch verstellbar, also dreifach elektrisch. Ich kann den Rücken bei den Herzwaageteilen nicht ganz so weit nach hinten machen, weil sonst würde der Sessel überkippen. Deshalb hat also auch der Herzwaagesessels Cosi Relax einen Nachteil. Und das ist eben, dass er eben nicht ganz so gerade wird, aber eigentlich reicht es mir auch, wenn ich die Beine nicht so hoch will. Also super bequem ist er auf jeden Fall. Optisch ist er gelungen, finde ich, mit der offenen Armlehne, die sich aber mit bewegt. Ganz klasse. Größe ist Medium, auch gut. Keine Aufstehhilfe ist hier jetzt verbaut. Okay, ein pflegelechtes Leder, ein Semi-Anilin-Leder mit Imprägnierung. So, wenn ich jetzt aufrecht bin, muss ich dringend den Kopf strecken, weil sonst drückt es mir in den Nacken. Magnetisch unten an der Armlehne hält der Sessel. Ja, Sie sehen, einfach zu drehen steht sehr stabil, ist also wirklich stabil. Der Rücken nimmt mich auf, ich fühle mich hier drin wohl. Könnte ich mir vorstellen, designorientierter Sessel mit Herzwaage. Und der hat noch eine Besonderheit, habe ich festgestellt. Und zwar hat er das T&R-System, heißt das, glaube ich. Moment. So, jetzt fahren Rollen aus und ich kann den Sessel ganz einfach wegrollen. Also das ist auch nochmal was Extras. Hat er auch einen Akku verbaut? Nein, kein Akku, also man braucht das Kabel. Okay, das ist ein Nachteil bei Hukla, ist nicht nachrüstbar wie bei Himmela, sondern muss von Anfang an dazu bestellt werden. Advertising, wir haben ein Schnäppchen bekommen, nämlich dieses hier. Ein Fotomodell zum Schnäppchenpreis von 1.490 Euro plus 99 Euro Versand. Profischnab.de, ihr Online-Outlet für Markenrelexhessel sagt Danke. Ein Abo hätte ich gern von Ihnen. Ein Like, wenn es geht, auch noch. Und ich hätte gern, dass Sie uns mal in 72186 Empfingen besuchen. Freitag, Samstag immer Showtime. Montag bis Donnerstag Private Shopping nach Terminvereinbarung. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Empfingen liegt direkt an der Bodensee Autobahn A81. Danke und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von Profischnab.de. Vielen Dank.